Askeri bezeichnete in der mittelalterlichen Ständeordnung des Osmanischen Reiches den steuerbefreiten Adelsstand. Zu Askeri zählten alle Personengruppen, die dem Staat direkt dienten, insbesondere Mitglieder der Armee, Hofbeamte, Steuereintreiber und Geistliche. Die Zugehörigkeit zum Stand der Askeri war vom Religionsbekenntnis unabhängig. So bestand beispielsweise im 15. Jahrhundert die Hälfte der Osmanischen Armee in Rumäien aus christlichen Kavalleristen. In manchen Fällen konnten die Askeri ihren privilegierten Status an ihre Nachkommen vererben. Die Privilegien der Askeri waren in Erlässen des Sultans Werbrieft, die Rechtsprechung über sie oblag dem Kasaskar. Unterhalb der Askeri befand sich der steuerpflichtige Stand der Rehya. Ein Wechsel des Standes war anfangs selten. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert wurde die Trennung zwischen Askeri und Rehya immer unschärfer und Askeri bäuerlicher Abstammung. Die erbliches Vermögen besassen waren keine Seltenheit. Im 18. Jahrhundert umfasste die Standesbezeichnung auch Kaufleute und Handwerker.